Hallo Leute, hier ist wieder der Rolf Ziller und wir zocken CSGO und zwar die Bazaarmap. Wie ihr seht, ich hoffe ich komme jetzt ins richtige Team. Ich ris... Ich riskiere es mal. Ich riskiere es und nehme die Terroristen. So, Bazaar, was soll ich zu Bazaar sagen? Einigermaßen kompliziert. Aber auch einigermaßen... Rush ich! Ah, die... Kacklappen da auch. Er blutet noch gut. Oh, ich dachte, das haben wir eigentlich so mehr oder weniger in der Tesch, aber nein, dem ist nicht so. Gib ihm auf die Rübe! Jawoll! Der LBRN ist ziemlich gut. Und sogar die Bombe ist gelegt worden. Wow! Ich mache mal noch eine billige Runde mit der Bison, die ich langsam so für mich wiederentdecke. Ich habe am Anfang ja viel mit der gespielt, weil sie günstig war und weil ich sie einfach optisch cool finde. Und jetzt langsam... Dann habe ich sie in Ruhe gelassen. Und jetzt werde ich sie wieder in Ruhe lassen, weil sie scheiße ist. Nein. Nein, äh... Ich mag sie wieder. Wird wieder... Beliebter. Und was, was besonders cool ist, finde ich, ist einfach das Schussgeräusch. Moment. Es ist schon so... so wenig Sound. Ich mache es lieber noch mal leiser. Und es ist AFK plus 2Kill. Danke, yo. Dankeschön. So, jetzt gehen wir mal... Nein. Jetzt gehen wir mal auf... ...das hier. Gefährlich. Ich werde sterben. Aber ist egal. Okay. Wenn, ist es allen mitgenommen? Drecksau. Na, drei Stück. Okay. Normalerweise ist das hier so die Stelle, die gern gerusht wird. Die ich auch gerne rushe. Frag mich, warum da keiner mitgekommen ist. Okay. Der hat einen Sniper. Wunderbar. Ah, kacke. Ich habe heute schon ein paar Runden gespielt. Ich bin sehr gefrustet. Sitztief, könnte man sagen. Deshalb brauche ich unbedingt hier eine schöne... Nein. Rehabilitationsrunde? Ah, kack. Kack. Nein, was macht ihr denn? Warum? Weshalb? Wieso? Nein, das ist nicht die Bombe. Das ist überhaupt nicht die Bombe. Ach, Mann. Und kaum sage ich es, verlieren wir. Ich hatte noch nicht die Bombe. Ist vielleicht doch gut so. Das ist arschig. Was soll ich machen? Hier draußen wird es wieder nichts, weil hier draußen brauche ich wieder mehr Reichweite. Hinten ist der Dreck. Ist er in der Ecke, aber ich bleib mal hier. Seht ihr? Scheiße! Schon wieder der Indiana Jones-Verschnitt. Die teilen sich gut auf. Oh nein! Nein! Geh in Deckung! Geh doch in fucking Deckung! Und jetzt schon wieder... ...entschärft. Oh Mann! Bleib da bei. Oh! Hier lang. Ba 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 ba! Hier go! Hier rin! Hab ich den nicht erwischt? Warum hab ich den denn nicht erwischt? Geh nicht da rein, Bombenmann! Ich weiß nicht, wie du wirklich heißt, aber... ...tu das nicht! Oh! Zwei direkt weggenatzt. Nee! Nicht schon wieder der! Indiana Jones hasst mich. So, zwei Leute kommen. Die könnte man doch eigentlich ganz gut abwehren. Ihr braucht nichts machen. Bleibt hocken. Ja gut, ab und zu könnt ihr mal schießen, aber bleibt hocken. Es ist nur noch der eine. Ihr wisst es doch. Na ja, ganz gut. Okay. Ähm. Mr. Kurvel? Weiß ich gar nicht. Hm, nö. Ich seh doch. Kommt rein. Ich guck mir das mal an. Warum hier Leute am Spawn stehen, weiß ich nicht. Kurz orientieren. Ja, das hätt' man wissen können. Ja, das hätt' man wissen können. Ja, das sind die beiden AFKler. Gut, damit schenken wir denen jetzt den Sieg. Aber egal. Es müsste ein System geben, was diese Spieler bestraft irgendwie. So, wir sind immer A gegangen. Lass uns jetzt mal B gehen. Nein. Nein! Komm, wir müssen pushen jetzt hier. Danke. War gut. I love it. Nicht gut, nicht gut, wo ist er getötet worden? Nein, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, zu spät. Teams werden nicht getauscht, so ist es affig. Ich komme nicht aus dem Quark. Okay, mindestens haben wir jetzt noch einen AFK dabei, ich weiß nicht. So, da gehen wir jetzt nicht her. Ja, sauber. Jetzt werde ich von hinten geholt, wetten? Das kann nicht wahr sein. Aber ich habe den vorderen zu spät gesehen und habe erst auf den hinteren gehalten. Das war der Fehler. Hätte ich vielleicht noch eine Sekunde warten sollen. Und... Tod. Ich rusche. B. Ey, das ist wieder mein Tod, weil es kommt wieder keine Sau mit. What? Alles voll. Alles voll von den Pennern. Woo! Habe ich die jetzt persönlich erwischt? Nein, die wurden mir gar nicht angerechnet. Wieso können die alle durch die Wand schießen? Ich nicht. Das ist uncool. Ja, da, durch irgendwas durchgeschossen. Scheiße. Naja, auf jeden Fall haben wir die in der Ecke ganz gut dezimiert. What the fuck? Schön. Ja, wie ich gesagt habe, der LBRN, wie er auch immer heißt, Ludwig, Benjamin, ach, ist egal, macht seinen Job. Und ich würde gerne noch mal ein paar Kills machen, das ist nämlich so, nicht so, nicht so knorke. Ja, ja. Hm? 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 Am Arsch. Flaschback! 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 Wir gucken jetzt aus. Puh! Ah, da gucken die Schweine nicht hin. Ah! Vier geholt in der Runde. Leck mich am Arsch! Ich habe mal gesagt, ich mag es nicht zu campen. Ich zähle das jetzt nicht zur Camperei. Das ist was ganz anderes. Ich bewache kurzzeitig einen strategisch wichtigen Punkt. Juhu! Sternchen! Alleine mache ich das nicht. Da können die uns jetzt übelst in den Rücken fallen. Ah! Kacke! Ja, da... Mann! Ich habe jetzt die... AK gewählt, weil... Wenn ich jetzt nicht in diesen engen Durchgängen bin, bin ich mit der natürlich besser dran. Aber jetzt habe ich da ein bisschen verrissen. Das wäre mit der Schrotze vielleicht nicht passiert. Wäre vielleicht da effektiver gewesen. Naja, kann man vorher nicht wissen. Noch können wir es packen. Scheiße. Nein! Noch mal nein! Ja, komm, vergiss es, Gandalf. Zaubern kannst du nicht. Nein! Jetzt habe ich endlich mal ein paar Gefolgsleute! Nice! Was? Warum geht denn keiner mit? Nicht cool! Er könnte mich durch die Wand irgendwie wegkillen. Wie komme ich denn jetzt hier raus? Gar nicht, ne? Ich nehme die Bombe dann, wenn du tot bist, okay? Geil! Kann ich vielleicht die Arme nehmen oder was hat der da? Ah, zu spät! Oh! Tut mir leid! Das war Absicht! Komm! Kann ich von denen feste. Komm schon los? Komm schon los! Komm schon los! Komm schon los! Wenn ich die Arabic 1987 fácile Afterwards. Komm schon los! Seht, ich werde ruhig. Ich muss leider die Waffe wechseln. Pumpe, was ist das? Nein. Jetzt kommt die Entscheidungsrunde, glaube ich. Ähm, ich brauche nichts. Nein. Nein, nein, jawohl, nein, ihr lauft falsch, Idioten. Egal. Gut, so guckt man auch noch B. Ah! Scheiße. Und ich wollte noch mal eine gute Runde hinlegen. Das war wohl nichts. Ja, sicher. In der letzten Runde tauschen wir die Teams. Nice! Komm, mach das! Mach es! Wuuuuh! Bitte was, komm, gib mir was, gib mir was, gib mir was. Komm, ach, das ist doch nicht wahr. Ich habe wieder nichts bekommen, ist egal. Danke fürs Zuschauen. Ich zauge noch eine Runde weiter und vielleicht lade ich die auch hoch. Muss ich mal gucken. Danke fürs Zuschauen nochmal. Lass doch einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.